ja hallo ihr lieben heute mal ohne green screen und ohne sonstiges gedöns und in großer aufnahme ich habe heute mal ein kleines info video für euch und zwar dürfte euch aufgefallen sein dass bei mir in letzter zeit ein paar videos ausgefallen sind natürlich sind einfach zeitgründe ich bin im einzelhandel weihnachtsstress wer kennt es nicht und da ist ja auch noch freunde und familie da die sollen ja auch nicht zu kurz kommen deshalb habe ich mir gedacht ich werde meine anzahl an projekten ein kleines bisschen reduzieren müssen das heißt nicht dass jetzt projekte abgebrochen werden sondern sie werden einfach nur pausiert resident evil 4 und aluntra sind ja im moment schon pausiert aluntra war sicher erst mal pausiert sage ich gleich was dazu ich werde folgendes tun metal gear solid 5 the phantom pain bleibt nach wie vor jetzt als hauptprojekt bestehen das kommt wie immer dienstag donnerstag und samstag so dann anschautet 4 bleibt auch kommt montag montag mittwoch und freitag ja also drei folgen statt zwei folgen und sonntags bleibt terranigma da werde ich mal schauen ob ich da eventuell zwei folgen schaffe ist nicht so zeitintensiv als es sollte eigentlich machbar sein das erstmal zum ablaufplan oder uploadplan für die nächsten wochen wenn uncharted 4 abgeschlossen ist sollte dann nicht mehr allzu lange dauern rückt an diese stelle the last of us das wird dann auf jeden fall montag mittwoch freitag kommen wird dann auch erstmal beendet der plan für 2017 und schlüssig bin ich mir noch bei mass effect andromeda das problem ist ich wollte eigentlich gleich zum release let's playen aber die frage ist wer schaut dann wirklich die die es selber spielen wollen werden es nicht schauen weil die werden sich nicht spoilern und viele werden es wahrscheinlich bei den großen youtuber anschauen und nicht unbedingt bei mir so jetzt ist die frage an euch wenn ihr interesse habt an mass effect andromeda soll ich zum release spielen oder soll ich es im prinzip machen wie jetzt mit metal gear solid dass ich die gesamte mass effect 3 dann am stück spiele und dafür halt ein bisschen später also andromeda ein bisschen später schreibt mir das mal in die kommentare was ist für 2017 noch geplant es sind eigentlich auch sehr viele replays geplant und zwar unter anderem zu until dawn da wollte ich ja noch den 100 prozent run machen im livestream hatte ich es ja schon gespielt dann sollte noch ein replay kommen zu heavy rain das habe ich jetzt auch im live stream gemacht aber im netz play will ich halt einige entscheidungen noch mal ein bisschen anders treffen um noch einige sequenzen auszulösen die jetzt gefehlt haben dann sollte ein replay kommen zu hintersell 1 bis 3 das waren damals meine ersten let's play projekte die waren natürlich von der quali her so die werde ich auf jeden fall noch machen und es sollte auch assassin's creed black flag der dlc dazu freedom cry und als story anschluss noch woke kommen das sollte ich 2017 eigentlich noch mit hinkriegen das ist erstmal das was auf jeden fall zu 100 prozent im plan steht was dann noch nebenbei kommt oder das werde ich dann kurzfristig entscheiden es laufen ja nebenbei auch noch die live streams ja es gibt jetzt noch einige live streams die von mir noch geschnitten werden müssen und geräntet werden müssen die dann noch in den upload kommen zum beispiel the walking dead season 2 the walking dead mission ist noch offen also das muss ich noch schneiden und dann noch hochladen das wird so nebenbei noch kommen und ja wie gesagt halt die live streams die dann so noch im laufe der zeit jetzt dazu kommen ähm murdered souls aspekt zum beispiel ist im live stream geplant was dann auf youtube hochgeladen wird äh the wolf among us eventuell einiges jedenfalls so damit wisst ihr erstmal was euch auf zukommt auf euch zukommt also wenn jetzt der eine oder andere sein projekt jetzt erstmal nicht mehr findet der last of us zum beispiel es ist nicht abgebrochen ja also es wird auf jeden fall weitergeführt bloß ähm bei fünf projekten in der woche ist es halt ich meine man switcht halt immer hin und her zwischen pc und konsole und dies und jenes muss die einstellung ändern und bla 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 ich meine wer selber videos macht für youtube der weiß es ist arbeit ne es ist nicht einfach hinsetzen und zocken und dazu labern es ist die community arbeit noch es ist das schneiden und rendern eventuelles zensieren und ja was halt alles dazu gehört gut soviel erstmal dazu wie gesagt ihr könnt mir in die kommentare schreiben ideen vorschläge na ist alles willkommen auch äh zu spielen die ihr vielleicht gerne sehen wollt wenn ihr jetzt zum beispiel sagt assassin's creed wollen wir nicht unbedingt sehen aber hey das und das spiel ist geil macht doch mal das und das einfach in die kommentare schreiben irgendwie kriegen wir es mit unter ob es nun dann gleich wird kann ich nicht versprechen aber gut ja wie gesagt das video ist jetzt schon ziemlich lang geworden und äh an dieser stelle möchte ich aber mal eins gleich noch tun da möchte ich die gelegenheit nutzen und zwar mich mal ganz herzlich bei meinen abonnenten und bei meinen zuschauern bedanken ja es sind jetzt einige neue dazu gekommen die auch regelmäßig meine videos schauen die auch regelmäßig kommentieren und es sind auch noch sehr viele von den ersten abonnenten da geblieben die regelmäßig schauen was ich natürlich sehr schön finde was mich natürlich bestätigt dass meine videos dann doch etwas unterhaltsam sind und nicht so schlecht sein können und ja auf jeden fall an euch alle ein riesiges dankeschön für die unterstützung und ich hoffe wir sehen uns dann 2017 auch wieder an dieser stelle verabschiede ich mich ich bin raus und wir sehen uns im nächsten video bis dahin tschüss